Muktai Asana, die Stellung des Befreiten oder die Stellung von Muktai, eben auch genannt Muktai-Stellung. Vishnu Prema zeigt, wie es geht. Ausgangsposition, Fersensitz, Vajrasana. Von hier ausgehend setze dich zwischen die Fersen und gib die Füße so weit wie möglich auseinander. Du drehst sogar die Zehen nach außen und die Füße so weit wie möglich weg vom Becken. Dann faltest du die Hände oder eine Hand über den anderen. Du kannst die Hände entweder auf dem Oberschenkel abstützen oder du kannst auch die Hände etwas heben in der Nähe des Nabels. Dann ist es etwas Aktiveres. Muktai ist einer der 84 Nath-Siddhas, also einer der großen Meister der Nath-Tradition, nach denen die Asanas benannt sind. Vermutlich hat Muktai in diesem Asana gerne sich ausgeruht oder meditiert. Oder eben, es wurde nachher einfach gedacht, Muktai, so ein großer Vollkommener. Nach ihm müssen wir auch ein Asana benennen. Muktai hat vermutlich etwas mit Mukti oder Mukta zu tun, befreit. Und Muktai wird vermutlich einer der Meister gewesen sein, der die Befreiung erreicht hat. Diese Übung ist eine gute Übung für die Hüftflexibilität. Viele Asanas sind gut für die Außenrotation der Hüftgelenke. In diesem Asana wird die Innenrotation der Hüftgelenke trainiert. Beides zusammen hält die Hüften flexibel. Zum Weiteren wird in dieser Stellung werden die Oberschenkel zusammengegeben, was auch wieder gut ist, um die Energie vom Swadishtana Chakra zu sublimieren, die Energie der Geschlechtsorgane in diese Shumna zu bringen und so den Geist in einen meditativen Zustand zu bringen. Mehr Infos zu allen Asanas, auch alle Asanas, die zu den 84 Asanas der 84 Natas, Siddhas gehören, findest du auf unseren Internetseiten wiki.yoga-vidya.de Okay.